Nuno B im Flugzeug, zweiter Teil. Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, zieh in der Infocard oder erster Linie in der Beschreibung. Viel Spaß! Was bisher geschah. Agent Nuno B erhält den Auftrag, dass er die ganzen Leute, die er auf dem Mount Everest gebeamt hat, wieder zurückholen soll. Dafür braucht er Hubert der Geist. Der will ihnen helfen und somit fliegen sie mit einem Flugzeug auf den Weg zum Himalaya. Doch das schaffen sie nicht ganz, denn ja unterwegs entdecken sie ein Flugzeug, das genau auf sie zurast. In diesem Punkt endete das Video und es stand vor zurück zum Folgen. Und nun sehen sie die Vorzüttung. Viel Spaß! Boah, jetzt sind wir schon wieder in irgendeiner Scheißwelt. Wahrscheinlich ist es so Lego oder sowas schaut das aus. Ja, wir sind Lego-Manschkeler. Aber werden die da rauskommen, wie letztes Mal. Warum sollten wir das? Keiner weiß, dass wir hier sind. Und zweitens ist es der ganzen Welt scheißegal, ob ihr verrecken oder nicht. Hallo, 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 hallo. Abwarten! Ah, hallo! Wer bist du? Ich bin dein Chef und ihr zwei Vollidioten geht sofort nach Hause. Bevor er noch mehr Scheiße anrichtet, okay? Und ob sie dann gestorben sind, das erfährt ihr ganz geschwind, wenn ich wieder Zeit habe, um ein Video zu machen. Tschüss! Musik feed Musik 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 Musik